Willkommen zu unserem Video über 5 schöne Reiseziele in der Bergwelt des Zillertals. Das Zillertal ist eine wahre Perle der Alten und ein beliebtes Reiseziel für Naturfreunde, Wanderer und Skifahrer. Die Region beeindruckt mit ihrer malerischen Bergwelt, klaren Seen und idyllischen Einwesen. Hier finden Sie Ruhe und Erholung inmitten einer atemberaubenden Landschaft. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 5 Orte vor, die Sie bei Ihrem Besuch im Zillertal auf keinen Fall verpassen sollten. 1. Mayhofen Charmantes Dorf mit vielen Highlights Mayhofen ist ein idyllisches Dorf am Eingang des Zillertals und ein Muss für jeden Besucher. Hier erwartet Sie eine charmante Altstadt mit vielen gemütlichen Cafés, Restaurants und Geschäften. Ein Highlight ist die Penkenbahn, die Sie auf den gleichnamigen Berg bringt. Von oben haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Zillertaler Alten und zahlreiche Wandermöglichkeiten. 2. Hochfügen Eldorado für Skifahrer und Snowboarder Im Winter ist Hochfügen ein Eldorado für Skifahrer und Snowboarder. Im Sommer können Sie hier wunderbar wandern und Mountainbike fahren. Besonders beeindruckend ist die Aussicht vom Holzheim-Gipfelkreuz, das Sie nach einer kurzen Wanderung erreichen können. 3. Fügen, ruhiges und idyllisches Dorf Fügen ist ein ruhiges und idyllisches Dorf im Herzen des Zillertals. Hier können Sie die Natur in vollen Zügen genießen und entspannen. Besuchen Sie den idyllischen Badesee Schlitters, der im Sommer zum Baden einlädt, oder machen Sie eine Wanderung auf den Hausberg von Fügen, den Spieljoch. 4. Zell am Ziller, gemütliches Dorf mit Tradition Zell am Ziller ist ein gemütliches Dorf mit einer langen Tradition. Hier können Sie die Tiroler Kultur hautnah erleben. Besuchen Sie den Wochenmarkt oder das Heimatmuseum und lassen Sie sich von der regionalen Küche verwöhnen. Für Wanderer empfiehlt sich ein Ausflug zum Schloss Freundsberg, das hoch über dem Tal thront. 5. Tux, Paradies für Gletscherliebhaber Tux ist das höchstgelegene Dorf im Zillertal und ein Paradies für Gletscherliebhaber. Hier erwartet Sie das Skigebiet hinter Tuxer Gletscher, das ganzjährig geöffnet ist. Im Sommer können Sie hier wandern und die Gletscherwelt hautnah erleben. Besuchen Sie auch die Tuxer Wasserfälle, die zu den schönsten der Region gehören. Fazit Das Zillertal ist ein wunderschönes Reiseziel, das mit einer beeindruckenden Naturkulisse und vielen Highlights aufwartet. Wenn Sie das Tal besuchen, sollten Sie unbedingt diese 5 Orte besuchen, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt herauszuholen. Ob Wandern, Skifahren oder einfach nur entspannen, das Zillertal hat für jeden etwas zu bieten. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um ein Video mehr zu verpassen. Tempo Vielen Dank.